Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zurück. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben den Boss besiegt. Und dann geben wir mal die Bubble da auf. Und gehen hier mal durch. Bravo! Natürlich mit allen Münzen. Jetzt setzen wir unsere Münzen mal ein, die wir aufgesammelt haben. Nur ein Level ab. Und jetzt... Stern. Und... Leider nichts. Ja, diesmal wieder Mario, natürlich. Okay, jetzt müssen wir erstmal nach oben. Da, 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 da. Ah, trägt mein Herzchen dazu. Wunderbar. Ja. Ja. Quid pro quo. Irgendwo. Man hat... Wir hatten es und jetzt haben wir es wieder verloren. Also eben auch schon vorher. Hat man ja gesehen. Ja, das war ganz einfach. Jetzt hat der Aff uns mit seiner Amiskabel in den Arsch gestochen. Äh, gestochen. Sti, di, 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 di. Sti, 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 sti. So, jetzt nochmal hoch hier. Ganz einfach. Dann müssen wir ja nicht der Nacht da... Dann machen wir jetzt hier mal den Kranken. Und dann... Ja, da war nix der Ding. Nein, da, das war einfach nur... Nee, du, scheiße. Ja. Da ist ja die Münze. Das ist ja wunderbar. Oh, da oben? Da war was. Da gehen wir... Versuchen wir mal hinzukommen. Da, da. Da kommen wir so nicht einfach hin. Auch nicht, wenn wir als Mario so klitzeklein sind. Nein. Dann klappt das nicht. Wird man das vielleicht mit den Affen machen? Ja, dann nehmen wir doch mal Luigi. Der kann ja besser so hoch springen. Da, 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 da. La, 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 la. Und jetzt nicht schon wieder... Ja. 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 Das meinte ich eben. Ein Herzchen... Äh... Genommen. Und direkt wieder aufgebraucht für das nächste. So. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Hier. Vielleicht ist ja hier was zwischen den... Keine piece of the cake. Leider nein, nein. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Da, 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 da... La, 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 la... Ja, fast. Thank you. Yay. Ja. Just word lucky. Mhm. Wenn man nämlich immer schneller ist als das, was er ausspricht. Und nie vergessen, wenn man durch Türen oder in Röhren rein will. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen auch geht. Naja, bei den anderen ja nicht. Da hat man ja nicht so viel in den Nennen, außer die Shells. Und da kann man sie auch überall mitnehmen bei Mario World. Hat man ja schon mal gesehen. Muss man ja manchmal auch, besonders jetzt wenn da Super Mario Maker, da muss man ja manchmal Sachen mitnehmen. Die neuen Level. Aber das gleiche, wenn's nicht los. Hauptsache es macht Spaß. Einmal noch hier rüber. Hüpfen und jetzt probieren wir's nochmal. Ja. Vielleicht dann hier doch. Oder vielleicht da oben. Nein, 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 nein. Gab's denn jetzt? Nee, wir müssen länger drücken. Oder hier auf die hier hin. Da bin ich's auf der Geheke. Oder wieder nur ne Münze. Jetzt haben wir's geschafft. Noch einmal. Da, 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 da. Und diesmal nicht. Jetzt haben wir's abgeknallt. Weiß zwar nicht, welchem zu Hause haben wir's haben, die da irgendwie eingebaut sind. Aber ich glaube, das war früher mal ein anderes Spiel. Dann haben sie einfach hier die Figuren eingefügt. Wie das Spiel jetzt früher hieß, wusste ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Moment. Ja, das war beim Spiel da nix. Ne, da war nix. Okay, gut, dann schmeiß das mal weg, sonst kommt sie nicht durch die Tür. Richtig. So, nochmal. Da war es nicht. Hier war das Trank. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Äh, ja, da rein. So. Der Pi ist auf der Keke. Und da ist er. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, denn der hat sonst direkt auf dem Kopf gelandet. Und, ja. Ich weiß jetzt nicht, hätte man da weggehen müssen oder so. Der Pi ist auf der Keke. Mi Scooty. Scooty. Schschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch oh ja leichte verzögerung das ist nicht wunderschön nein das ist einfach nur scheiße so jetzt noch mal die erst mal alle weg so jetzt aber hier drin und hier fängt er schon wieder an mit diesem doofen gekrache aber ich hoffe ich hoffentlich gehört das nicht deswegen ledig rede ich jetzt etwas lauter und wir vielleicht mal mit dem dinge raus um es dann da oben hin zu werfen das passiert nur in diesen röhren wieso das weiß ich nicht scheiße ja dann muss leider mal sterben lassen da haben wir noch ein level dazu bekommen erleben schlag im level so ja also augen raus betragen das auf die andere seite hallo töte mich der mami ja wie bitte die papi die popi da 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 so ich weiß noch nicht wieso ich hier schon wieder drin bin denn hier ist immer dieser knachende thron der macht mir nicht viel spaß ich werde mal gucken wieso das immer hier so kracht drin obwohl der ton hier sich nicht so anhören sollte jetzt darüber rüber rüber und die dritte münze wunderbar und ganz runter und runter und runter und runter so jetzt haben wir uns erst mal ein paar leben wieder dazu jetzt haben wir die gegenseitig abgeworfen jetzt kommt wieder meine lieblings aufgabe uns durch den sand zu wühlen jetzt erst mal ausprobieren wie ging das noch mal so nicht da ja 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 so ging das ja 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 ich weiß es geht auf die nerven aber ja ist halt so kann man nichts machen ja jetzt warten wir erst mal bis wir wieder kommen oh no what the hell my baby mama mia gut dass wir ja abgespeichert haben ich hoffe dass es nicht so langweilig aber gar nicht immer so lange brauche aber wie ist das denn wenn man das früher mal gespielt hat oder wenn man das selber jetzt alleine spielen würde wenn man sich denkt so dank ich mir da und wird mir das runter und und spiel das dann ob ich das dann genauso schnell hin oder ob ich das auch so hin bekomme wo ich das mal gesehen habe oder so mama mia sagen wir immer wieder von vorne oben an nee das macht keinen spaß ja 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 das halt so ja lucky da musst du viel lucky haben ja 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 lucky halten ja 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 versuchst du mal ein bisschen auszutricksen hier die shy guys weil die gehen einen tierisch auf die arme ja ja wie man sieht war schon wieder der ton ich weiß nicht woher ja das ist nein 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 das kann ich nicht sagen war hier nichts also ich gehe ich noch mal auf der anderen seite runter weil die fallen ja jetzt alle da runter und müssen dann da auf einer allein da ist unsere letzte münze ja einmal runter noch mal noch einmal runter ja noch einmal runter so jetzt nehmen wir den damit hoch schmeißen auf die andere seite rüber runter und dann ja ich habe gedacht das ging aber das geht nicht das geht überhaupt nicht ja ja so dann gehen wir da runter für die letzte münze übby b Davidi baby die papi biebito bating schon wir schon mal für den pfeil mitten im bild so wieder einmal schnell durch die tür ja ist egal egal ist egal schnell von aber nur noch zu springen es kann uns gar nichts mehr passieren lucky jetzt hoch 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 schneller 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 hop 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 schneller 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 hop 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 ja 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 das war dann genau und jetzt haben wir direkt mal die bosskampfmusik ja schmeißen weg genau okay ich habe gedacht da kriegt man vielleicht ein herz aber das ist nicht so was ist das denn schon dass der boss lucky lucky weiß man nicht wieso hier schon die boss musik ist aber kann es euch nicht sagen die tue 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 das ist immer dieser doofe stern hier hier i go again ja dann achte da ist ja die letzte münze ja wunderbar so das wurde nie denn ja dann gehen wir weiter mario motto den gehäuter ddd die ddddddddv des bêtes warte hatte man hat ja mal angst man hört die musik was passiert jetzt aber das ist immer den post von von dem level vom level bereich 13 und 33 ist das ja jetzt hier 23 der dritte vom zweiten akt ja und jetzt wird ja das geräusch kennt man woher kennt man das ja von einem anderen spiel auf jeder fall kennt man das schon dieses geleg landed doch ja hier von super mario land das aber ja auch hier auf meinem channel mal zu sehen das hatte da auch ja schon mal gesehen jetzt kann man kann man die hier mit den sofakisten abwerfen also hier diese pilze diese war hocker diese ersten hier noch mal scheme ach ihr wisst ihr was ich meine hier diese hocker hocker genau hocker Hoka, 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 Pocahontas Hoka, 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 Hoka Hier ist schon wieder dieses Supergeräusch Was einen letzten Nerv raubt Ja So Mario, jetzt Ja, jetzt hast du Mama Mia Bipidi Papi Bopi Hoka, Hoka, Hoka Ja, man, auch wenn man die in der Hand hat geht das nicht nehmen nein 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 bibi die pappet die boobie die boobie 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 ja aber wie es aussieht kommen die nicht hinter diese kissen diese hocker diese komischen pilz hocker da als zumindest hier diese feuer bubbles da die ja da spuckt die dreiköpfige schlange da so noch mal geladen hier und das müssen wir mal ja so geht das nicht doch das gute ist ja wir haben ja hier geladen so es kommen uns erstmal eine barrikade damit damit die uns gar nicht mehr da angreifen können die 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 sie so und jetzt können wir noch letzten mal noch eine drauf vielleicht besser ist das ist osse ich teilt regeländischen fax gerät neben mir stehen aber hier ist eigentlich gar nicht mehr was das machen könnte Oh. Oh no! Jetzt holen wir uns lieber nochmal ein Herzchen. Ja, geh mal da vorbei, Mario. So, einmal hier feste drücken und das ist das Gute hier bei dem Spiel. Auch wenn man klein ist, kann man trotzdem hier diesen den Kraftsprung machen und dann ja, immer schön in die andere Richtung. Dann da unten das Let's Play vielleicht noch so ein, zwei Minuten länger, denn das soll jetzt ja 20 Minuten lang sein. Aber wir haben ja Zeit, ne? Uns hätt's ja keiner. So, jetzt nehmen wir uns das Kissen lieber mal. Seht ihr, jetzt kann der ja gar nicht mehr da zu uns hinschießen und wir können ja ganz gemütlich hier eine Kissenschlag mit dem machen. Oder eine Hockerschlacht. Oh no! Ganz ruhig immer sein hier. So, der kann ja hier nichts mehr machen. So, noch eine. Dann nehmen wir den jetzt von hier oben. Ach, egal wie lange es dauert. Es geht ganz einfach äh, ja, in die richtige Richtung. Weiß es noch immer nicht, aber natürlich kann man das noch machen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ja, und, äh, ja, was ist das jetzt? Kommt ja nichts mehr, hm? Hm, ja, wo gehen wir denn jetzt hier raus? Hm, 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 okay, ja. Ah, die Musik ist aus. Achso, ja, dann gehen wir doch einfach mal da raus, ne? No problem. No problem. Mitsimi. So, jetzt setzen wir mal. Jetzt versuchen wir, oh ja, Knochenstern. Oh, noch ein Stern, komm, komm, komm. Hm, tete, tete, tete. So, jetzt mal direkt mal alles. Sherry. Sterni. Und. Haschgai. Ne. Auch direkt mal drei dazu. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.